Das ist doch ein geiles Neonlicht. Hört man auch ein bisschen so piep piep zzzzzz. Gehen wir jetzt ein bisschen weiter weg. Jetzt sind wir hier nachts im Badezimmer. Nachts im Badezimmer. Es ist so dunkel hier, dass man nicht mal die Hand vor Augen sieht. Machen wir mal an. Moment mal. Schon viel heller hier. Beleuchtet den Boden. Sieht man trotzdem nicht bei der Kamera. Aber leuchtet schon gut. Geiles Neon, ne? Wir sind ja schon hier ganz in der Ballwanne drin gewesen. Aber man sieht außen ran trotzdem nichts. Man sieht zwar das Neonlicht, aber leider sieht man nicht so gut durch die Kamera. So wie ich das jetzt hier sehe. Schon relativ beleuchtet das Badezimmer. Also, das ist schon stark, ey. Was Foktisch in die Kamera gewusst. Dann bringen jetzt anannie die Kamera mit der Menge. Sobald Zeitung? Also Werder Federer, sobald Zeitung. Sobald Zeitung aus dem, um zu corpses und erfisschen. Das ist toll. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020